Es ist 1929 und die Märkte sind kollabiert. Wir sind ruiniert. Was wird von uns sein? Was ist mit den Kindern? Relax, wir machen wie es 1999 ist. Oder besser, wie 1929. Es ist lieber die Weimarer Republik. Brillante Idee. Party? Wo? In New York natürlich. In dem Loft in der 24. Straße, Nummer 148. Neunte Etage. Saturday, November 21, 9 p.m. till sunrise. Ganz wie in den goldenen Zwanzigern. Think decadence. Dress like the roaring 20s. Prost! 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 Vielen Dank.